Mahlzeit und willkommen zurück zu Supraland und ich habe es gecheckt. Ich habe kapiert, weil ich das letzte mal falsch gemacht habe. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich die Box unten, diese Holzkiste mit der goldenen Tür aufgemacht habe, aber ich habe ja die Tür aufgemacht. Da waren fünf Münzen, weil der Typ hat mir nicht nur meine Ausrüstung geklaut, sondern auch die Münzen. Und jetzt habe ich wieder fünf Münzen und kann mir meine Upgrades wieder kaufen. Das habe ich das letzte mal nicht gesehen. Von daher einfach nur doof durch die Gegend gehört. Jetzt macht alles einen Sinn. Ich stelle die Batterie hin und hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Awesome. Zutiefst. Kann jetzt ein lustiges rumprobieren werden. Okay. Zack, Batterie ist an. Muss ich den nur irgendwie übertragen. Okay. War ein kurzer Erfolg. Wie kriege ich den jetzt? Ich habe doch gar nichts anderes zum... Der blinkt wie blöd. Und schon hänge ich wieder fest. Kann doch nicht sein. Den kann ich mir auch nicht holen, ne? Ich brauche irgendwas, was Strom leiten kann. Weil der Abstand von den Fühlern zu eng ist, oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Wie komme ich denn jetzt? Kann ich irgendwelche Inien ziehen? Ich kann mich jetzt da hochziehen, oder? In der Theorie könne ich so. Hier nicht. Da haben wir eine Geldstahlkugel. Wo ich aber so nicht drankomme. Ich darf mich nur an den goldenen Dingern ziehen. Wir gucken uns mal hier um. Wir haben hier noch nichts. Komm. 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 Top. Eine Stahlkugel. So, das ist schon mal viel, 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 viel wichtiger als das letzte Mal. Jetzt bleibt die natürlich hier nicht liegen. Zack. Äh. Äh. Vorsichtig hier lang. Nochmal 10 Münzen. Und das komme ich sowieso nicht. Möhren. Kann ich den Tisch ziehen? Nein. Mehr kann ich hier drin nicht machen. Jetzt habe ich 10 Münzen. Das würde mich das Spiel ja wohl nicht verarschen. Was kann ich mir für 10 Münzen kaufen? Gar nichts. Ja. Verarscht mich doch. Ähm. Nein. So wollte ich das. Gibt aber noch nichts. Irgendwo muss ich nochmal hoch. Kam ich doch nicht weiter, oder? Na vielleicht könnte ich mich darüber ziehen. Wurde ich mal ausprobieren. Da muss die Stahlkugel hin. Kommt die bitte da hinten hin. Oh. Irgendwo wieder fein hier unten ab. Nein. Schön in die Mitte. Probieren wir den Spaß einfach nochmal. Ich hätte auch hier hin. Aber das funktioniert doch im Leben nicht. Ich kann mich... Ach. Okay. Nicht so doof anstellen. Hirn einschalten. Ich kann mich jetzt hier hochziehen. Brauche ich den Käse mit der Kugel nicht machen, ne? Nein. Ach. Kann doch nicht sein, dass ich so doof bin. Nochmal den ganzen Weg latschen. Da hoch. Die Tür kann ich nämlich anballern. So. So hoch. Das mit dem. Und jetzt habe ich 30 Münzen und kann die zwei 15er Upgrades kaufen. Weißt du nicht, was es ist? Aber. So. Doppelsprung. Dreifachsprung. Problem ist. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Oh doch. Zack. Haben die nächsten 10. Jetzt geht es doch vorwärts. Was machen die? Sieht da gerade irgendwie glitchy aus. Aus dem Weg. Alles klar. Ihr habt voll Stress. Ist die hier noch? Da ist ein Schlüssel. Hä? Was möchte mir der Künstler hiermit sagen? Muss irgendwie da hinten hochkommen, ne? Hier ist nichts. Was? Ich weiß, ich habe es. Ähm. Ich dachte, ich könnte die Kollegen jetzt wieder umlenken. Wollen die aber nicht, ne? Hä? 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 Na. Da muss doch irgendwas. Irgendwann muss es mit denen auch noch sein. So. Ich habe hier zwei gelbe Pömpel. So geht es auch. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Da habe ich wieder 30. Dann komme ich jetzt hier in das Haus rein. Da hinten ist ein Eingang. Da komme ich aber jetzt... Nicht mehr hoch. Gut. Ähm... Option... Kann ich da einfach drum rumlaufen? Alles klar. Dann gehen wir einfach den Weg. Gäbelchen. Schlüssel mitnehmen. Festgewitscht. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und kriegen wieder Münzen. 35 Stück. 40. Unter mir eine Tür aufgemacht. Ne, hier. Äh... Können wir jetzt gucken, was kriege ich für 40 Münzen. Irgendwie der Magnetgürtel kostet... 120. Der Force Cube. Was mache ich jetzt? Mit dem Force Cube kann ich färben, oder? Wenn ich jetzt nochmal so einen blauen Edelstein wiederfinde. Ah, hier vorne hing nur noch eine, oder? Nö, nö. Tatsache. Hätte hier keinen liegen lassen. Ich probiere erstmal aus, ob ich damit färben kann. Ja. Kann ich. Alles klar. Brauche ich nur noch so einen scheiß blauen Kristall. Weißt du nicht mehr, wo ich die hingeschleppt habe? Ah. Alles klar. Und der öffnet mir jetzt die Tür. Oder ich kann die Mücken anlocken, aber das weiß ich schon nicht, was mir das bringen soll. Zack. Alles klar. Nächste Abteilung. Laser Tür. Nichts. Den muss ich unterbrechen, damit ich da in die Münzen komme. Das ist bestimmt super wichtig. Ich gehe mal einfach davon aus. Force Cube. Stahlkugel, oder was rollt da unten? Ja, wir haben die Münzen vor dem roten Typen hier eingesperrt. Er wird keine Waffen haben. Die lila Projektile schießt, um die Tür zu öffnen. Ich gehe jetzt die Verkackten. Schalter mal kapiert. Ich habe keine lila Projektile. Ich habe keine lila Projektile. Jetzt die Mücken dran. Zum Vulkan. Okay. Nicht ohne Ausrüstung, ne? Ich muss mal gerade gucken. Spielgeschwindigkeit? 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 Ähm. Aber ich bräuchte echt noch mal ein Tutorial für diese Dinge, die wirklich funktionieren. So bleibt die Tür offen, so. Liebe Mücken. Spielgeschwindigkeit? 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 noch mehr rechts fahren dann noch irgendwo hier waren da noch kürbisse ich kann die batterie auch einfach zurücksetzen nehme ich mir die einfach hier wieder mit brauche ich ja hinten nicht mehr dann habe ich auch noch so eine geile stahlkugel hier hole ich mir auch direkt wieder mit da liegen die zwei kristalle so weil die stahlkugel kommt 100 pro hier oben hin nein genau so nicht ich will gar nicht wissen wohin die rollt ich dachte ihr wollt jetzt da an der tür raus bis ans anfang vom level so rollt hier in die allerletzte ecke also muss ich überlegen was muss ich hallo die kugel soll oben hin so mach den force cube weg die kugel rollt runter sollte aber nur hallo hier hin rollen dann so seitwärts durch die eisen pinne überträgt das signal gut der laser unterbrochen dann force cube draufsetzen erstmal die batterie rein stöpseln sonst funktioniert der ganze apparat nicht ja wenn ich da den force cube draufsetzen startet die kugel und ich kann zur tür so die idee ne zack warum waren jetzt linien weg genau das sollst du nicht machen so nicht zu weit weg waren muss ich die vielleicht noch mal höher setzen welches die drüber gesprungen ich habe es nicht gesehen ist zu schnell ich hätte noch eine idee wenn ich jetzt hier setze und da wird die kugel wahrscheinlich nicht mehr durchpassen ich probiere es aus wird die nicht so hart gebremst kann es sein dass die jetzt darüber jubelt oh nein 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 ich drücke immer f jetzt renne ich dieser verkackten kugel hinterher warum springt das aster immer andersherum ich kann den force cube auch hier setzen mehr oder weniger ich habe es falsch positioniert dass die da drunter her geht oder was so mitte mitte jetzt mit den kack nochmal dahin als lange muss es aber mal funktionieren ich habe das grundprinzip verstanden ja 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 nicht aber nicht weil die kugel zu langsam ist die braucht schon gewisse geschwindigkeit damit die weit genug drüber titscht wenn die nur so langsam hier runter rollt bringt das nix die muss ja das stück noch fliegen wir mit einfach noch mal so geht auch nicht ne kapier ich gerade noch nicht so richtig da muss ich aber das war doch das problem am anfang oder ob ich mich hätte sie selber war wenn ich jetzt noch mal darunter rollen lassen zu jetzt das der fasche und Oh. Oh. Ah. klappt doch jetzt krieg ich meine waffe wieder 60 das war jetzt einfach nur fummelig das war ein dummes rätsel hat man zwar verstanden instant aber irgendwie dass das mal funktioniert mal nicht obwohl man eigentlich die lösung hat ist bescheuert kriegt meine geile knarre wieder abschlachten okay scheint erledigt zu hol dir dein geld zurück es ist im raum hinter den zwei verdächtigen goldenen blöcken du hast alles was du brauchst um die tür zu öffnen wenn die das sagen dann scheitere ich wieder grandios da dran das funktioniert nicht ich habe nichts was viele dinger schießt was ändert die knarre jetzt daran das reicht ich kann die küp davor nicht platzieren aber ich kann dagegen ballern kaum gibt mir mein geld glaube ich sogar ein bisschen mehr als vorher war eine ich muss ja noch den gürtel kaufen komm ich hier nicht mehr raus ja ich habe mein geld wieder kommen wir nicht zurück jetzt öffnet das hauptdorf was hast du hier für ein befehlszonen muss da hoch um mich aber nicht weil ich meinen geilen magnetgürtel nicht habe und wie ich durch die kacktür komme klär ich dann das nächste mal reicht jetzt wir haben zumindest ein bisschen fortschritt gemacht auch wenn es bei weitem nicht so gut war wie ich es mir erhofft habe alles klar bis zum nächsten mal Tschö.